Ich erkläre dir heute, wie ich ganz spontan spannende Investmentchancen wie Buhu finde. Du kannst meine Strategie 1 zu 1 für dich umsetzen. Außerdem habe ich 1000 Euro in einen Marktführer investiert, den fast niemand kennt. Das Unternehmen überzeugt mit stark wachsenden Umsätzen und Gewinnen. Man plant sogar, eine andere Firma zu übernehmen. Das würde die Umsätze und Gewinne noch weiter explodieren lassen. Aber bitte denkt dran, dieses Video dient nur der Information und ist keine Anlageberatung. Alle Inhalte können komplett falsch sein. Es kann ein Interessenkonflikt vorliegen, da ich investiert bin. Zuletzt kam im Kommentarbereich immer wieder die gleiche Frage. Wie komme ich so schnell an Infos? Die Buhu-Aktie ist in Deutschland total unbekannt. Wie habe ich von dieser Chance erfahren? Meine Strategie ist einfach und kompliziert zugleich. Du musst einfach nur eine Aktien-App auf deinem Smartphone installieren. Das ist die ganze Magie meiner Strategie. Der schwierigste Part besteht darin, sie mit Aktien zu füttern. Ich habe mehrere hundert Aktien auf meinem Smartphone. Du erstellst also quasi eine Watchlist auf deinem Smartphone. Und diese Watchlist gehst du täglich durch. Da ich in Megatrend- und Wachstumsdividenden-Aktien investiere, ist meine Watchlist voll mit solchen Aktien. Ich habe alles aufgenommen, was ich irgendwie interessant finde. Ich habe zum Beispiel alle 15 von 15-Punkte-Aktien vom TraderFox-Aktienterminal drin. Ich kann dir auch den Market-Screen empfehlen. Leg dort die Kriterien fest, die dir bei Aktien wichtig sind. Hau dir dann die entdeckten Aktien in dein Smartphone-Tool. Die Aktien dürfen ruhig ein hohes KGV haben und sehr, sehr teuer sein. Darin liegt es in der Watchlist. Wenn die Aktien fallen, siehst du es sofort und kannst zuschlagen. Ich nutze die Standard-Aktien-App vom iPhone. Ich hoffe, die App kann man jetzt sehen. Ich könnte mir auch eine Profi-App mit Kursalarm holen, doch das finde ich weniger sinnvoll. Vielleicht fällt der ganze Markt. Dann kriege ich 100 Kursalarm auf einmal rein. Ich investiere niemals spontan, nur weil eine Aktie gefallen ist. Es könnte ein fallendes Messer sein. Ich muss recherchieren, was hinter der News steckt. Ich prüfe meine Aktien-Watchlist übrigens so gegen 10, 16 und 23 Uhr vor dem Schlafen gehen. Die Uhrzeiten sind extra so gewählt. Die Märkte öffnen um 9 Uhr. Deshalb schaue ich um 10 Uhr, was gerade so passiert. Die US-Börsen machen um 15.30 Uhr deutsche Zeit auf. Also werfe ich so gegen 16 Uhr einen Blick auf die Aktien. 23 Uhr ist dann für die späten Kursbewegungen und für den US-Handelsschluss interessant. Für normale Anleger reicht aber einmal pro Tag locker aus. Du siehst, dass es am Ende einfach nur Fleißarbeit ist. Ich habe keinen Börsenbrief oder sowas abonniert. Dafür würde ich niemals Geld zahlen. Ich habe einfach nur sehr viele Aktien von Screen-Tools in mein Smartphone aufgenommen. Die Magie besteht also darin, eine sehr große Watchlist zu erstellen. Du wirst dafür mehrere Tage brauchen. Aber es wird sich lohnen. Es gibt noch eine zweite Methode, wie du spannende Aktien finden kannst. Schau dir hierzu die Tagesgewinner und Tagesverlierer in größeren Indizes an. Hier siehst du die gestrigen Tagesverlierer im Nasdaq 100. Du kannst nun prüfen, ob ein Schnäppchen für dich dabei ist. Das ist aber unnötiger Stress. Hau dir einfach die spannendsten Nasdaq-Aktien auf deine Smartphone-App. Dann musst du nicht extra mehrere Indizes checken. Ja, das kostet Anfang sehr viel Aufwand. Doch dann hast du die Aktien bereits vorsortiert und kannst schneller analysieren. Kommen wir nun zum heutigen Investment. Ich habe 17 Evolution Gaming Aktien für jeweils 62 Euro und 18 Cent gebuttert. Zusammen sind es 1057 Euro und 6 Cent. Evolution Gaming ist ein versteckter Marktführer. Kaum jemand kennt das Unternehmen. Doch es hat in seiner Branche eine extrem starke Stellung. Evolution Gaming betreibt Live-Casinos. Diese Glücksspiel-Nische ist eine der stärksten Wachstumsmärkte im Casino-Bereich. Hier siehst du eine runde Power-Blackjack. Ich fühle mich beim Zuschauen wie in einem echten Casino. Genau das ist die Stärke von Live-Casinos. Du siehst den Kruppier live vor dir. Er teilt die Karten aus und gibt dir das ultimative Casino-Feeling. Schau dir nun zum Vergleich diesen Blackjack-Tisch an. Wo ist da bitte schön das Casino-Feeling? Da kommt mal gar kein Feeling auf. Ein paar verzweifelte Hardcore-Suchtis haben vielleicht Spaß daran. Doch das Live-Casino spielt in einer komplett anderen Liga. Je nach Spiel kann sie sogar mit dem Kruppier chatten. Live-Casinos machen ihre Branche schneller und bequemer. Du brauchst nicht mehr ins Casino zu gehen, um das ultimative Casino-Feeling zu erhalten. Du sparst Zeit und Sprit. Außerdem musst du dich nicht auftakeln. Viele Menschen verzichten gerne auf Lederschuhe und Hemd. Sie haben viel mehr Spaß daran, das Casino-Feeling vom Bett aus im Schlafanzug zu genießen. Evolution Gaming hat ein sehr spannendes Geschäftsmodell. Es ist ein B2B-Anbieter, also Business-to-Business. Die Casinos konkurrieren untereinander um Kunden. Sie müssen ihre Bestandskunden bei Laune halten und immer wieder neue Kunden werben. Das kostet Geld. Evolution Gaming kann darüber nur müde lächeln. Das Unternehmen betreibt nämlich keine eigene Glücksspielseite. Du musst Evolution Gaming als Filmstudio ansehen. Evolution besitzt acht Filmstudios auf der ganzen Welt. Sie befinden sich zum Beispiel in Riga, Tiflis, Bukarest oder Vancouver. In den Studios werden die Live-Casino-Games gefilmt. Evolution Gaming muss sich also nur um den Live-Casino-Dreh und um die technische Videoausrüstung kümmern. Die Live-Casino-Spiele werden dann bei der Kundschaft ausgestrahlt. Zur Kundschaft zählt die Creme de la Creme der Glücksspielbranche. Das sind Online-Casinos wie William Hill, 888-Casino, Bet-at-home oder Interwetten. Evolution Gaming muss also Glücksspielseiten als Kunden gewinnen. Hier liegt das Wachstumspotenzial. Am zockenden Endverbraucher verdient Evolution quasi nichts. Natürlich ist der Endverbraucher wichtig. Evolution Gaming muss Top-Qualität liefern, sonst zockt kein Kunde mehr in den Live-Casinos. Doch die Einnahmen werden über die Partner-Casinos erzielt. Es ist eben ein B2B-Geschäftsmodell. Ich sehe darin einen sehr, sehr großen Vorteil. Als Aktionär mache ich mich nicht von einem Betreiber abhängig. Geht ein Online-Casino pleite, ist das zwar weniger schön. Doch Evolution Gaming hat zahlreiche andere Kunden. Die Verbraucher hören nicht einfach so zu zocken auf. Sie wandern dann ganz einfach zu einem anderen Online-Casino. Dieses Casino hat dann viel mehr Bedarf an Live-Casinos. Im Endeffekt würde sich die Pleite eines Online-Casinos ausgleichen. Das macht das Geschäftsmodell von Evolution Gaming extrem spannend. Zur Kundschaft gehören übrigens nicht nur Online-Casinos. Evolution Gaming bewirbt seinen Service sehr clever bei landbasierten Casinos. Das sind Casinos mit einem festen Standort in irgendeiner Stadt. Evolution arbeitet mit landbasierten Casinos in Belgien, Spanien, den USA und vielen anderen Ländern zusammen. Die Marketing-Strategie ist hervorragend. Landbasierte Casinos können meist nur sehr schwach wachsen. Wenn das Casino zwei Automaten mehr in der Halle aufstellt, werden die Gamer keine höheren Umsätze liefern. Ein einziger Zocker kann eben nur an einem einzigen Automaten spielen. Also manche können mehr Automaten spielen, doch ich gehe einmal vom Durchschnittszocker aus. Die Zocker sind eng mit dem Casino verbunden. Sie schätzen das Feeling und die Atmosphäre. Evolution Gaming kann ihnen dieses Feeling von daheim aus bieten. Live-Casinos bieten eine sehr hohe Qualität. Das ist für landbasierte Casinos sehr wichtig, damit ihnen die Kundschaft treu bleibt. Die Kundschaft würde über eine billige Software einfach nur lachen. Deshalb ist Evolution Gaming der perfekte Partner für landbasierte Casinos. Du siehst bereits jetzt, wo die Stärken und Schwächen von Evolution Gaming liegen. Evolution ist nicht von einzelnen Endverbrauchern abhängig. Das Unternehmen liefert super Qualität, die die Zocker zufrieden stellt. Und das stellt auch die B2B-Kundschaft zufrieden. Live-Casinos sind ein stark wachsender Markt. Deshalb kann auch Evolution Gaming fleißig wachsen. Dafür müssen sie neue B2B-Kunden anwerben, in andere Märkte expandieren oder ihr Angebot erweitern. Die Kunden buchen logischerweise mehr Shows, wenn sie gut beim Endverbraucher ankommen. Evolution Gaming hat ein beeindruckendes Wachstum hingelegt. Das zeigt sich an den fundamentalen Zahlen. Sogar die Gewinnmarge konnte auf ca. 40% klettern. Evolution arbeitet hoch profitabel und ist eine echte Wachstumsrakete. Dafür wird das Unternehmen von TraderFox mit 13 von 15 Punkten im Qualitätscheck belohnt. Im Schuldencheck schneidet Evolution Gaming hervorragend ab. Der Live-Casino-Betreiber hat keine Schulden und besteht den vierfachen EBIT-Check locker. Das eröffnet spannende Möglichkeiten für Investments. Schon bald könnte Evolution groß investieren. Das Investment würde die künftigen Umsätze und Gewinne deutlich beflügeln. Evolution Gaming möchte NetEnt übernehmen. Dafür möchte Evolution 1,86 Milliarden auf den Tisch legen. Beide sind übrigens schwedische Firmen. NetEnt ist ein Spielentwickler für Casino-Games. Die Spiele lassen sich bequem über Smartphone zocken. Evolution Gaming kann sein Produktportfolio clever erweitern und auf den Megatrend mobiles Gaming setzen. Man kann der Kundschaft mehr Produkte anbieten, ohne dass sie sich mit den hauseigenen Live-Casinos überschneiden. Aus dem Deal sollen sich zusätzliche jährliche Kostenersparungen von 30 Millionen Euro pro Jahre geben. Erst vor kurzem haben beide Unternehmen ihre Quartalzahlen veröffentlicht. Evolution konnte die Umsetzung um 50% und die Gewinne um 90% steigern. NetEnt überzeugte mit höheren Umsätzen von 37% und 50% höheren Gewinnen. Evolution Gaming holt sich also ein hochprofitables Pferd ins Stall. Vorausgesetzt, das Übernahmeangebot wird akzeptiert. Die Annahmefrist soll vom 17. August bis zum 26. Oktober 2020 laufen. Die Daten können leicht abweichen oder neu verhandelt werden. Zu diesem Zeitpunkt herum soll es Updates zu den Verhandlungen geben. NetEnt überzeugt mit einem starken Wachstum in Nordamerika. Das ist ein Markt, wo sich Evolution Gaming stärker etablieren möchte. Hier siehst du die Umsätze der verschiedenen Regionen. Bis auf UK konnte man sich überall steigern. In Asien ist das Wachstum besonders stark ausgefallen. Nordamerika kommt auch langsam ins Rollen. Beide Märkte bieten noch sehr viel Potenzial nach oben. Evolution Gaming steht in Nordamerika gerade erst am Anfang. Natürlich gibt es auch Risiken. Die größte Gefahr geht von drei Punkten aus. An erster Stelle stehen staatliche Regulierungen. Es könnte Verbote und Einschränkungen in wichtigen Kernmärkten geben. Darunter hätten zuerst einmal die Kunden zu leiden. Doch das wirkt sich auch auf Evolution Gaming aus, wenn das Gesetz die Live-Casinos als solche betrifft. Aktuell sieht aber zum Glück alles gut aus. Evolution hat keine größeren rechtlichen Streitigkeiten. Der zweite Punkt sind mögliche Konkurrenten. Live-Casino-Drehs sind keine Raketenwissenschaft. Theoretisch könnte ein Konkurrent mit besseren Spielen überzeugen. In der Praxis ist das aber ein sehr hoher Aufwand. Die Kundschaft hat ihre Website IT-technisch auf Evolution Gaming eingestellt. Ein Wechsel würde einen sehr hohen IT-Aufwand verursachen. Außerdem liefert Evolution eine sehr hohe Qualität. Deshalb gibt es aktuell keinen großen Grund zum Wechsel. Es wäre für einen Konkurrenten sehr schwer, mit dem Preis zu überzeugen. Die meisten Mitarbeiter sind in Lettland und Georgien angestellt. Das sind sehr günstige Länder. Das Lohnniveau ist hier sehr niedrig. Ich lebe in Lettland und kann das bestätigen. Voll ausgebildete Lehrer verdienen hier um die 500 bis 700 Euro im Monat. Meine Tante arbeitet in Lettland als Lehrerin, daher kenne ich die Gehälter. In Deutschland kriegen Lehramtsstudenten so viel BAföG wie viel lettische Lehre als normales Gehalt erhalten. Ein Konkurrent könnte also nicht einfach so günstigere Live-Casinos betreiben. Evolution Gaming produziert bereits sehr, sehr günstig. Deshalb sehe ich Konkurrenz aktuell weniger als Problem. Mein dritter Punkt ist Corona. Evolution Gaming ist ein klarer Gewinner der Corona-Krise. Das ist Chance und Gefahr zugleich. Viele Leute mussten die letzten Monate daheim verbringen. Es war ihnen langweilig. Die Live-Casinos waren eine spannende Abwechslung zum langweiligen und riesigen Corona-Alltag. Viele neue Kunden haben Live-Casino Gaming für sich entdeckt. Das ist super. Doch auch viele Aktionäre haben die Aktie für sich entdeckt. Der Aktienkurs hat sich seit dem Tiefpunkt mehr als verdoppelt. Das schmeckt mir natürlich gar nicht. Im Einkauf liegt bekanntlich der Gewinn. Der Aktienkurs ist seit dem Hoch jedoch wieder um 10% gefallen. Der britische Milliardär und Immobilienentwickler Richard Livingstone hat Evolution Gaming Aktien im Wert von ca. 600 Millionen Dollar verkauft. Das sind immerhin 4,7% aller Aktien. Vorher hat er 16,4% der Aktien gehalten. Nun sollten es um die 11,7% sein. Mit dem Verkauf möchte er die negativen Auswirkungen auf sein Immobilienportfolio abschwächen. Vielleicht stimmt es wirklich. Vielleicht ist der Verkauf nur ein Wink vom Zaumpfahl. Der Kurs der Aktie ist wegen Corona in die Höhe geschossen. Es ist viel Corona-Euphorie im Kurs enthalten. Es kann sein, dass nun die Luft für einige Zeit aus der Aktie raus ist. Ich habe trotzdem investiert, da ich langfristig sehr viel Potenzial sehe. Ich hoffe, dass die NetEntübernahme planmäßig durchgeht. Hieraus ergibt sich langfristig enormes Wachstumspotenzial. Evolution Gaming ist zum aktuellen Kurs kein Schnäppchen. Die Bewertung ist wegen den rosigen Zukunftsaussichten sehr, sehr hoch. Die Aktionäre gehen von einem aggressiven Wachstum aus. Wächst die Aktie weniger stark, wird es den Kurs einbrechen lassen. Deshalb ist die NetEntübernahme ein weiteres Risiko. Findet sie nicht statt, verschwindet ordentlich Wachstumspotenzial. Ich spekuliere darauf, dass alles glatt über die Bühne läuft. Schauen wir uns jetzt die Dividende an. Aktuell zahlt Evolution Gaming ein bisschen über 1%. Das ist nicht wirklich viel, da ich eigentlich nach Aktien mit mindestens 2% Dividende suche. Bei dieser Aktie setze ich ganz klar aufs langfristige Dividendenwachstum. Die Dividende könnte sich ganz grob so wie mein grüner Pfeil steigern. Dann hätte ich nach ungefähr 8 bis 10 Jahren über 3% Dividende. Von der Ausstellungsquote her ist das ohne Probleme machbar. Bis auf 2017 wurden um die 30 bis 40% der Gewinne ausgeschüttet. Evolution Gaming überzeugt mit einer für Aktionäre attraktiven Dividendenpolitik. Ich zitiere, Der Vorstand von Evolution Gaming hat eine Dividendenpolitik verabschiedet, die besagt, dass das Unternehmen jährlich eine Mindestdividende von 50% des Nettogewinns ausschüttet. Hier nochmal zur Erinnerung die fundamentale Entwicklung des Unternehmens. Umsetzung und Gewinne wachsen beide sehr stark an. Deshalb halte ich eine persönliche Dividendenrendite von über 3% für wahrscheinlich. Ich spiele hier die langfristige Karte. Deshalb habe ich in Evolution Gaming investiert. Ich sehe hier langfristig starkes Wachstum mit einer soliden Dividende. Ich habe bereits im April 2019 ein Video zur Aktie gemacht. Bereits damals habe ich auf die hervorragenden Perspektiven hingewiesen. Die Aktie stand damals umgerechnet bei unter 20 Euro. Ich sehe aber immer noch sehr viel Wachstumspotenzial. Die Story ist nun ein bisschen anders. Früher war Evolution Gaming ein frecher und junger Wachstumswert. In ein paar Monaten könnte Evolution eines der größten Online-Casinos der Welt sein. Ich investiere also in einen potenziellen Marktführer. Und hier kommt mein Dividendendepot im Gesamtüberblick. Es befinden sich nun 9 Aktien im Dividendendepot. Bisher ist noch keine einzige Dividende bei meinem Broker eingetroffen. Das wird sich aber bis zum 12. August ändern. Bis dahin verspricht Look Oil die erste Auszahlung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann buttere mir jetzt bitte ein Like rein. Schreib mir sehr gerne einen Kommentar für den YouTube-Algo. Du hilfst mir damit, mehr Zuschauer zu erreichen. Wir sehen uns wieder am Dienstag beim Megatrendepot-Update. Dann investiere ich 1000 Euro in eine hochspannende Wachstumsaktie. Wir sehen uns wieder ab.